Wie man nicht Fortnite spielen sollte. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur ersten Runde Fortnite, hier auf meinem Kanal. Er schreibt, Rekritrun. Ja Leute, ich spiele zum ersten Mal Fortnite. Auf jeden Fall, wer ist dabei? Der Husky ist dabei, der Vortex ist dabei und der Marvin ist dabei. Auf jeden, Alter. Ich weiß nur, dass man, wenn man links, also wenn man D und A drückt, dass man schneller runterkommt, gell? Oh f***, das ist ein Gegner. Oh mein Gott, ich werde sterben. Jemand schießt mich schon ab. Der hier ist direkt sterb, schau, Aufnahme, Alter. Ich bin down, dicker. Ja Leute, was geht ab, zweite Runde Fortnite, Alter. Erste Runde wäre schön verkackt. Ähm, ich bin auf jeden Fall noch am Leben, das ist schon mal positiv. Also ich will das mit einem Hotkick kriegen auf jeden Fall nicht hin, oh mein Gott. Oh mein Gott, die Border, Alter. Ich glaube, ich sterb. Ich verkack. Digga, wie komm ich, wie komm ich aus der Border raus? Ey, ich krieg mal Leben abgezogen. Digga, ich muss hier raus. Junge, ich muss hier raus. Junge, ich muss raus. Junge, ich hab zu 750 AP nur noch. Ja ey, wie komm ich denn aber raus? Ich bin hier gefangen in dem scheiß Ding. Ah, okay, ich komm raus. Tschüss. Nein, ich bin down. Ich bin drin, ich bin drin, ich hab ne Waffe. Ich bin down. Komplett. Na, ciao. Oh, da ist er. Der ist tot. Aber das sind noch safe, seine Mates. Achtung. Alter. Session, Session, Session. Du hast auch kein... Oh, hinter mir, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott, nein, es sind zwei. Bau weg. Oh mein Gott. Hinter dir. Oh mein Gott, der hat mich in der Luft geholt, Alter. Oh mein Gott, der war jetzt auch direkt tot. Sexkills, Alter. Oh mein Gott. Da ist noch einer, geh mal rein, hier ist aber noch einer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017